Sind Christen Mystiker? Was ist mit Mystik gemeint? Und welche Lehren der Bibel würden denn dafür sprechen, dass Christen Mystiker sind? Und was hat es mit dem Begriff Theosis auf sich? Spricht die Bibel tatsächlich davon, dass Menschen gottgleich werden sollen? Abgefahrene Themen, die wir in diesem Video hier besprechen möchten. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen. Das im Bereich Glauben und Wissenschaft und Weltanschauung. Und dazu hinterfragen wir hier eigentlich ganz möglichst unzensiert. Ganz geht wahrscheinlich nie. Man bringt immer sein eigenes Mindset mit rein. Aber dafür hinterfragen wir hier eben solche Punkte wie zum Beispiel theologische Lehren, Dinge, die unsere Geschichte der Menschen betreffen, wissenschaftliche Fragen. Ja und in dieser Reihe hier, die wir jetzt uns weiter vornehmen in einem neuen Teil, geht es um das unsichtbare Reich Gottes oder den Plan, den er sozusagen in der Bibel hat aufschreiben lassen. Und wir möchten heute einen Abstecher in die Frage hinein machen. Naja, wie wir es gerade gesagt haben. Was ist Mystik und gibt es da Schnittmengen oder ist der christliche Glaube eigentlich in gewisser Hinsicht mystisch? Und was ist damit gemeint? Ja, und dann möchten wir auch gleich uns eine Passage im Hebräerbrief genauer ansehen, um zu gucken, was ist denn eigentlich das Ziel für Menschen gemäß der Bibel? Also in welche Richtung geht es denn eigentlich? Und da lade ich dich ein, die Sachen mit zu verfolgen. Viele werde ich auf Website zeigen oder dann gleich in der Bibel. Und als erstes möchten wir mal in die Thematik Mystik reingehen, um zu gucken, was für Schnittmengen gibt es denn da? Und was wir in den letzten Videos dieser Reihe uns angesehen haben, ist, dass die Bibel eigentlich davon spricht, dass es durch verschiedene Dinge eine Trennung von Menschen und Gott gab. Also Menschen haben sich von Gott getrennt. Und da haben wir schon den ersten Punkt, der in der Esoterik oder bei eben Leuten, die spirituell unterwegs sind, vorkommt. Da ist auch oft der Gedanke, dass Menschen, ja, dann sagt man nicht von Gott, sondern von der Quelle vielleicht oder göttlichem Bewusstsein oder einem höchsten Bewusstsein, dass sie davon getrennt sind. Das haben wir also auch als Hintergrundgeschichten der Bibel. Und die ganze Geschichte der Bibel zielt im Grunde genommen darauf ab, Menschen wieder zu einer engen Beziehung zu Gott zu bringen. Im Spirituellen würde man jetzt sagen oder bei Esoterikern oder Mystikern, dass man sich wieder mit dem Ursprung verbindet. Wäre jetzt vielleicht eine andere Ausdrucksweise dafür. Und da ist es ganz interessant, wenn man sich mal den Begriff Mystik dazu ansieht, dann merkt man, wenn du Christ bist, wie ich jetzt vielleicht auch, wie ich auch so und du vielleicht Christ bist so rum, dann wirst du merken, dass dieser Begriff gar nicht so abschreckend sein muss. Es kommt darauf an, wie man christlich aufgewachsen ist. Da ist es, glaube ich, bei den meisten eher, dass die sagen würden, ja, das ist ja was Gefährliches, die Mystik und so weiter. Aber woher kommt das eigentlich? Also der Begriff Mystik hier in Wikipedia, da steht der Ausdruck Mystik vom altgriechischen Mystikos, geheimnisvoll oder von Mund oder Augen schließen, bezeichnet Berichte über Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit, sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Aha, also Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit. Ja, das ist ja jetzt erstmal noch nichts so Negatives und wir haben hier auch einen Unterpunkt der christlichen Mystik. Da kann man mal schauen, was da noch steht. Da steht, die mystische Auslegung der Heiligen Schrift zielt auf die Erkenntnis der Gotteswirklichkeit. Jetzt wird wahrscheinlich auch jeder Christ sagen, so, ja, ist doch super, ne? Also dieses Gottesbild, Gott verstehen. Große Bedeutung für mystische Texte haben biblische Metaphern wie die Reinheit des Herzens in den Seligpreisungen der Werkpredigt oder das Einwohnen Gottes bzw. Christi im Herzen. Solche Metaphern finden sich sowohl bei östlichen wie bei den westlichen Kirchenvätern wie auch in späteren Texten der Mystik. Das Gott schauen, vergleiche auch Pfingstwunder, Taufe im Heiligen Geist, Bekehrungserlebnis des Paulus, also dieses Gott schauen, noch zu Lebzeiten kann als das klassische mystische Erlebnis schlechthin angesehen werden. Ja, und das ist jetzt bei vielen, gerade evangelikalen Christen, da ist dann die Taufe mit Heiligen Geist wiedergeburt sozusagen durch Taufe und Geist. Das ist jetzt hier in der christlichen Mystik ein klassisches mystisches Erlebnis. Also wir merken, da sind Schnittmengen und interessant ist eben, es geht darum, um eine Erfahrung der Gotteswirklichkeit. Und das ist ja jetzt bei spirituellen Menschen, Esoterikern und bei Christen im Grunde genommen ja eine Sache, die doch für alle wichtig ist. Und das erstmal so vorab als Gedanken zu der Mystik. Man könnte auch noch viel weiter einsteigen. Ich bin da auch kein Fachmann, was das angeht. Aber zum Beispiel hier der Meister Eckart ist ja sehr bekannt, der im Mittelalter da geschrieben hat, Texten, die halt eine große Bedeutung für viele hatten, großen Einfluss. Also als jemand, ein Mann der Kirche, der auch in diese Richtung gedacht hat. Oder auch ein Begriff, um hier nochmal reinzuwerfen, die mystische Hochzeit. Auch hier auf Wikipedia steht, die mystische Hochzeit ist ein Motiv der jüdisch-christlichen Literatur, Theologie und Kunst. Die religiöse Vorstellung einer Vereinigung von Gott und Mensch, Unio Mystica, wird unter dem Bild der Verlobung und Vermählung gedacht und dargestellt. Im Gegensatz zur Hochzeit zweier Götter handelt es sich hier bei der weiblichen Seite der mystischen Hochzeit um eine irdische Braut. Ja, das kennt man dann auch schon wieder, so in den christlichen Begriffen, dass die Braut, die Menschen dann als Braut oder die Gläubigen als Braut bezeichnet werden. Ja, also ganz interessant diese Begriffe, Mystik, christliche Mystik, Gotteserfahrung, dass das im Grunde genommen so ein Bereich ist, der jetzt Jahrtausende alt ist, diese Beschäftigung damit. Und jetzt könnte man sich fragen, wie kamen Menschen darauf, so viel darüber zu schreiben, so viel Herzblut da reinzustecken. Das hat damit zu tun mit dem, was in der Bibel selbst drin steht. Und das wollen wir jetzt aufgreifen und uns einfach auch mal anschauen, Was sagt denn das Neue Testament selbst dazu, welches Ziel für die Christen da ist? Also wo geht es denn eigentlich hin, die Reise? Ja, und da habe ich vom letzten Video, das hatten wir beendet mit einer Passage aus Offenbarung Kapitel 3 Vers 21. Da hat Jesus was gesagt an seine Jünger, hier aufgeschrieben in der Offenbarung, da steht, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ja, also hier ging es darum, eine Herrschaft mit Regenten, mit Jesus zu sein. Der Michael Heiser, das Buch The Unseen Realm, was Grundlage für diese Videoreihe hier ist, der hat dazu Folgendes gesagt, das möchte ich auch nochmal zitieren. Er hatte hier geschrieben, so beeindruckend diese Gedanken auch sind, Im nächsten Kapitel werden wir etwas sehen, das sie alle übertrifft. Wir sind nicht nur Gottes Kinder und Mitregenten mit seinem Sohn, wir sind Geschwister Jesu. Und jeder von uns wird mit ihm an seiner Seite dem himmlischen Rat beitreten oder betreten. Ja, Mitregenten. Vielleicht da nur ganz kurz, die ersten Menschen werden in der Bibel eigentlich auch als Regenten gezeichnet, aber nicht in der Art und Weise, dass sie übereinander geherrscht haben, sie waren gleich, sondern sie sollten die Erde verwalten. Und in dieser Hinsicht halt gottähnlich sein, also Stellvertreter Gottes sein, Mitregenten in dieser Hinsicht, also was sehr Positives, was zum Nutzen der Natur eigentlich gedacht war und der ganzen Gesellschaft. Also da muss man sich nicht von abschrecken lassen, wenn hier von Regentschaft die Rede ist. Genau, das ist im biblischen Kontext etwas anders zu verstehen als wir heute, mit unseren negativen Erfahrungen, die wir mit Regierungen haben. Ja, aber Heiser sagt jetzt hier also, Moment mal, da geht es um noch mehr als um diese Regentschaft nur. Und um dieser Sache jetzt nachzugehen, ja, was denn noch? Dafür schnappen wir uns jetzt den Hebräerbrief und eine Passage aus Hebräer Kapitel 2. Als erstes möchten wir hier mal lesen, Hebräer Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Ich habe das jetzt hier geöffnet, kannst du gerne hier mit reingucken oder dir deine eigene Bibel schnappen. Da steht, Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Lange Passage. Ich habe hier zwei Dinge direkt mal markiert. Zum einen das durch Engel gesprochene Wort. Das habe ich hier markiert. Und da könnte man sich jetzt fragen, was ist das? Und dann wurde hier gesagt, ja, dass mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen Gott ein Zeugnis gegeben hat nach seinem Willen. Ja, und dazu möchte ich vorlesen wieder von Michael Heiser, Unseen Realm aus dem Buch, Seiten 317. Da steht, Natürlich, der göttliche Rat war am Sinai anwesend und bezeugte die Verkündigung des Gesetzes. Also das Wort, was durch Engel gesprochen wurde, ursprünglich mal. Das war das Gesetz, was das Volk Israel bekommen hatte am Sinai, als Moses da auf dem Berg war. Zehn Gebote und so. Zeichen, Wunder, Wundertaten und die Ausgießung des Heiligen Geistes? Erinnern Sie sich an Pfingsten und die Eroberung von Barschan? Paulus sah das Kommen des Geistes zu Pfingsten als die Erfüllung der Niederlage von Barschan, den symbolischen Mächten der Finsternis. Also hier Zeichen und Wunder, Wunder und Kraftwirkungen. Pfingsten, Wunder zu Pfingsten, was wir da besprochen hatten. Da ging das los mit Zeichen, Wundern, Zungenreden und so weiter. Und eigentlich, sagt jetzt Heiser hier, einer Bestätigung davon, dass die Mächten der Finsternis sozusagen verloren hatten. Barschan als frühe Region im Alten Testament, die so als Tor zur Hölle mitgesehen wurde, wo halt falsche Götter das Sagen hatten. Das Kommen des Geistes zu Pfingsten war natürlich nur der Startschuss für die Rückgewinnung der Völker. Hebräer 2, Vers 5 bis 8 sagt uns, dass das Endergebnis dieser Rückeroberung die Herrschaft der Gläubigen über diese Völker ist, denen der überragende Christus Autorität verliehen hat. Ja, Rückeroberung der Völker. Wenn das für dich neu ist, kannst du dich nur auf die Playlist hier verweisen. Ich werde die nochmal irgendwo verlinken oder unten drunter setzen oder so. Also da haben wir sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ja, aber er sagt jetzt hier, dass in Vers 5 bis 8 da im Grunde genommen das aufgegriffen wird. Die Rückeroberung von Menschen, die in einer Trennung von Gott leben. Und das möchten wir uns jetzt mal ansehen, was er denn da weiter schreibt, der liebe Paulus. Ab Vers 5. Er sagt hier, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Okay, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, jetzt kommt ein Zitat aus dem Psalmen. Was ist der Mensch, das du an ihn gedenkst oder der Sohn des Menschen, das du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und du hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Okay, ich habe schon gesagt, das ist ein Zitat aus den Psalmen, was Paulus hier anführt. Und er sagt hier, Psalm 8, Vers 5 bis 7. Ich klicke das mal an. Also hier haben wir Psalm 8, Vers 5 bis 7. Da ist das entnommen. Was ist der Mensch, das du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, das du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes und so weiter. Dieser Psalm, das ist hier sehr, sehr deutlich, um wen es geht. Wenn wir uns nämlich an die Schöpfungsgeschichte erinnern, wie es da beschrieben wird, ist die Natur unter Aufsicht des Menschen gestellt worden. Schafe, Rinder, Tiere des Feldes und so weiter. Also das ist unter die Aufsicht des Menschen gegeben worden von Gott. In dieser Hinsicht wurde der Mensch gekrönt, mit Ehre gekrönt, weil er Herrscher wurde über diese Sachen. Also das ist in dem Psalm hier der Gedanke, den wir da finden. Und Paulus zitiert diesen Psalm jetzt hier also. Gehen wir zurück nach Hebräer. Er spricht hier also über den Menschen. Genau. Und dem Mensch sind ja diese Werke der Erde unterstellt worden. Also das ist auch klar, eigentlich ging es so los in dem Bericht der Bibel, dass der Mensch eben dieser Herrscher darüber war. Deswegen sagt Paulus hier am Anfang auch, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Also nicht die Engel sollten über die Erde herrschen, sondern hier war jetzt der Gedanke, nein, der Mensch. Der Mensch ist hier derjenige, in Psalmen ist das Zitat, was Paulus hier anführt, dass der Mensch diese Aufsicht oder die Herrschaft bekam. Okay, Paulus zitiert das in Vers 8, da waren wir stehen geblieben. Und danach sagt Paulus weiter, Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Also so, was die Erde angeht und so sagt Paulus hier so, ja, alles hat er bekommen, der Mensch. Ist ihm eigentlich alles unterworfen worden. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir sind nicht in einer Welt, wo der Mensch in der Aufgabe als Stellvertreter Gottes vernünftig mit der Erde umgeht und sie in dieser Hinsicht verwaltet. Und auch das greift Paulus jetzt auf im nächsten Satz. Er sagt hier, Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Also hier markieren. Der Mensch, eigentlich ist es für den geplant. Paulus sagt, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Aber, Vers 9, Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Also interessant, er sagt hier, also wir sehen, in Bezug auf die Menschen sehen wir das noch nicht, dass dem Mensch alles so unterworfen worden ist, wie ursprünglich geplant. Aber wir sehen Jesus. Markieren wir hier mal in einer anderen Farbe. Dann sagt er, ja, Jesus ist ja auch ein wenig niedriger gewesen als die Engel, weil auch er war Mensch gewesen. Also er war in dem gleichen Zustand. Und er ist bereits mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 28, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben wurde. Also das ist schon passiert. Also Paulus macht hier einen Kontrast. Er sagt, der Mensch, dem eigentlich alles übergeben werden sollte ursprünglich und so, der ist noch nicht in dem Zustand, wie er sein sollte. Aber wir sehen, bei Jesus ist das schon passiert. Okay. Ja, dazu nochmal die Aussage vom Heiser, der das auch nochmal hier eigentlich zusammenfasst, was ich gesagt habe. Beachten Sie, dass der Hebräerbrief klar ist. Die Erde wurde nicht geschaffen, um den Mitgliedern von Gottes göttlicher Familie unterstellt zu sein, sondern seiner menschlichen Familie. Es gibt immer göttliche Familie, also die ganzen Geistwesen und so. Und dann gibt es halt die menschliche Familie. Das kommt beides in der Bibel vor. Das ist Interaktion dazwischen. Aber die Erde für menschliche Familie. Der Rat, also der himmlische Rat, war bei Gott in Eden. Und so sollten Himmel und Erde vertauscht werden. Aber die Aufgabe, Gottes gute Welt zu verwalten, war unsere. Ich glaube, ich habe es schlecht übersetzt. Also die Aufgabe, die Welt zu verwalten, war unsere. Die der Menschen. Und das, obwohl wir im Vergleich zu Gottes göttlichen Familienrat geringere Wesen waren. Der in Hebräer 2, Vers 6 bis 8 zitierte Psalm, im Hebräischen heißt es, dass der Mensch ein wenig niedriger war als die Elohim. Also, das hatten wir gerade gehabt. Hier, Engel, kann ich nochmal kurz draufklicken. Also, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und da steht im Hebräischen als die Elohim. Und Elohim als Bezeichnung für die himmlischen Wesen. Genau. Also, und so war es auch im Garten Eden. Die Menschen waren geringer als die Elohim, aber Gottes Plan war es, die Menschen zu erheben, damit sie in seine Familie aufgenommen werden und die Verantwortung für Gottes neuen irdischen Bereich übernehmen. Okay. Jetzt kann man hier wirklich mal kurz stoppen und sagen, hä, echt jetzt? Also, da steht in der Bibel, dass da Menschen gemeint sind, die Aufgaben übernehmen sollten, sozusagen mit Gottes himmlischer Familie verbunden zu sein. Also, in eine höhere Verantwortung zu gelangen. Ist das wirklich so, dass hier Menschen gemeint sind? Ja, das hatten wir gelesen. In Hebräer 2, Vers 8 bis 9. Das hatten wir ja gerade. Mit diesem Gedanken. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Also, dem Menschen. Wir sehen aber Jesus. Also, Jesus ist schon in dieser Position der Mensch noch nicht. Das haben wir hier auf jeden Fall. Jetzt geht mein Lüfter hier mal wieder an. Es tut mir leid. Ich habe das Problem immer noch nicht im Griff. Muss ich gleich kurz anders einstellen. Sorry, was das angeht. Ich weiß auch nicht. Ich probiere immer rum, den Computer irgendwie kühler zu halten. Aber es klappt noch nicht hundertprozentig. Deswegen jetzt gerade ist im Hintergrund. Geräusch ist aber sofort weg. Okay. Also, wir waren hier in den Versen gewesen. Hebräer Kapitel 2, Vers 8 und 9, wo drin stand, so der Mensch, dem ist noch nicht alles unterworfen, aber Jesus ist bereits in dieser Position im Gegensatz zu den Menschen. Gucken wir weiter. Hebräer Kapitel 2, Vers 10 bis 15 oder erst mal Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Okay. Also, der Urheber ihres Heils, jetzt Jesus durch Leiden zu vollenden. Und was wurde hier gesagt? Und was soll er machen? Er soll viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Markieren wir mal wieder, weil hier sind jetzt wieder die Menschen gemeint. Ist das richtig? Die Farbe? Nein, falsche Farbe. Ich wollte es doch eigentlich gelb markieren. Nein. Okay, nochmal rückwärts. So. A sind der Urheber ihres Heils. Das ist Jesus. So. Und die vielen Söhne, die zur Herrlichkeit geführt werden sollen, das sind die Menschen, die eben noch nicht in dieser Herrlichkeit sind, die für sie geplant war ursprünglich. Okay. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Okay. Denn sowohl der, welcher heiligt, also Jesus heiligt ja die Menschen dann, als auch die, welche geheiligt werden, nämlich die Menschen, sind alle von einem Gott. Sind alle von einem Gott. Da hat es direkt Bling gemacht. Direkt nochmal hier den Ton ausmachen. Also der, wer heiligt, hier jetzt wieder Jesus, die, welche geheiligt werden, die Menschen, sind alle von einem. Stammen alle sozusagen aus einer Quelle, sind alle von Gott. Dann steht hier weiter, Aus diesem Grund schämt er, Jesus, sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, noch ein Zitat, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Also Jesus verkündigt hier irgendjemandem, wem auch immer, das müssen wir gleich nochmal gucken, und sagt hier so, siehe, das bin ich und das sind die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Also das sind die Menschen, die ich errette. Jetzt steht hier, das wird jemandem verkündet, inmitten der Gemeinde steht hier. Problem ist jetzt aber, ja, wem verkündet Jesus das denn sozusagen? Was ist hier jetzt gemeint? Und da finde ich interessant, wie der Michael Heiser das jetzt hier interpretiert. Möchte ich mal vorlesen. Er sagt, dies ist ein unglaublicher Text. In Vers 10 wird von Jesus als Gottes Mitschöpfer gesprochen und doch wurde er Mensch. Derselbe Jesus brachte viele Söhne in die göttliche Familie ein. Also hatten wir hier, in Vers 10, viele Söhne zur Herrlichkeit und in Vers 11, die, die geheiligt werden. Die brachte Jesus in die göttliche Familie mit hinein. Jesus ist weit davon entfernt, sich vor den Elohim seines eigenen Rates zu schämen, weil er Mensch geworden ist, für eine kurze Zeit ein geringeres Wesen, sondern er genießt es. Also hier stand ja, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht. Vor wem könnte er sich denn schämen? Ja, vor den Menschen ja nicht. Vor wem sollte sich Jesus sonst schämen? Vor Gott schämen? Also hier wurde ja die Gemeinde genannt, der Jesus etwas verkündigt. Und wir haben gesehen, ja, es gibt auch eine himmlische Gemeinde, also himmlische Wesen. Und vor diesen himmlischen Wesen verkündigt Jesus das. Heiser schreibt hier, er steht im Rat oder, Zitat, in Mitte der Versammlung, hier Gemeinde, ist nämlich Ekklesia, also jetzt, auf Menschen kann man es beziehen, aber jetzt hier, vom Kontext her, bezieht Heiser das eben auf die himmlische Versammlung. Jesus ist in den Himmel gegangen und verkündet das in dieser himmlischen Versammlung. Also er steht im Rat in der Mitte der himmlischen Versammlung und stellt uns vor. Jesus sagt sozusagen, seht mich an und die Kinder, die mir Jahwe gegeben hat. Wir sind jetzt alle zusammen, für immer und das war von Anfang an der Plan. Also Jesus verkündigt das, was hier steht, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und da schämt Jesus sich nicht, das zu sagen vor den anderen. Ich lese mal weiter in Hebräer Kapitel 2 Abvers 14 Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Das hatten wir gehabt. Also Jesus ist auch Fleisch und Blut gewesen. Warum? Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Also nochmal der Gedanke, Jesus befreit Menschen. Ja, und leitet sie sozusagen in diesen himmlischen Rat ein. Oder er sagt eben im himmlischen Rat, guckt mal, das sind die Kinder, die mir Gott gegeben hat, für die schäme ich mich nicht und ich war sogar selbst Mensch gewesen. Ich weiß, wie das ist. Das ist der Kontext, den wir jetzt hier eigentlich oder der Zusammenhang, den wir bis hierhin haben. Fehlt aber noch was, Vers 16 bis 18, lesen wir die letzten Versen des Kapitels noch. Denn er, also Jesus haben wir hier wieder, er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also der Menschen. Samen Abraham waren diejenigen, die halt, ja, den Glauben Abrahams hatten jetzt. So interpretiert Paulus das. Also die, die aufgrund von Glauben wieder in eine Beziehung zu Gott kommen wollen. Vers 17, Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern, den Menschen ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer, hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Also wieder, Jesus schämt sich nicht, dass er mal unter die Engel erniedrigt wurde. Er war Mensch gewesen. Dann aber im himmlischen Rat oder vor den Elohim, vor dieser himmlischen Ekklesia, dieser himmlischen Gemeinde, verkündigt er, das sind die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Also für die habe ich das gemacht. Die habe ich sozusagen befreit, um sie wieder in eine enge Beziehung zu Gott zu bringen. Ja, und da kommen wir jetzt zu einem Begriff und wieder zu dem, der Bogen zur Mystik. Da geht es jetzt wieder zurück. Heiser schreibt in seinem Buch, die Aufnahme in Gottes göttliche Familie ist untrennbar mit dem neutestamentlichen Konzept verbunden, wie Jesus zu werden, göttlich zu werden. Der akademische Begriff für diesen Punkt der biblischen Theologie beschreibt, der diesen Punkt der biblischen Theologie beschreibt, lautet Theosis. So wie Theo geschrieben und dann Sis hinten dran. T-H-E-O-S-I-S Theosis. Ja, wie ein evangelischer Theologe sagt, Zitat aus dem Journal of Evangelical Theological Society 1997, Robert Raikstrau hat das gesagt. Er sagte nämlich, die Idee der Vergöttlichung der erlösten menschlichen Natur, die irgendwie am Leben Gottes teil hat, findet sich in erstaunlichem Ausmaß in der gesamten christlichen Geschichte, obwohl sie der Mehrheit der Christen und sogar vielen Theologen im Westen praktisch unbekannt ist. Ja, das ist doch mal krass. Also er sagt jetzt hier, die Vergöttlichung der menschlichen Natur, gucken wir gleich noch, was damit gemeint ist. Also irgendwie am Leben Gottes teilzuhaben, das findet sich in ganz vielen christlichen Schriften in der Geschichte. Weiter im Text hier, das Konzept der Theosis hat tiefe biblische Wurzeln und geht auf die Weltanschauung des göttlichen Rates zurück, insbesondere auf den Aspekt des ursprünglichen Ziels in Eden, den Menschen in die göttliche Familie aufzunehmen. Am Anfang schuf Gott die Menschen als sein Abbild, um ihm ähnlich zu sein und bei ihm zu wohnen. Er machte uns zu seinem himmlischen Ebenbildern und kam auf die Erde, um seine Familie zu vereinen und die Menschheit zur Teilhabe am göttlichen Leben in einer neuen Welt zu erheben. Belege kommen gleich dazu. Ich lese erst nur noch mal hier zu Ende. Die Botschaft der Theosis ist, dass wir in Christus in seinem Ebenbild das vollkommene Abbild Gottes verwandelt werden. Der Geist formt uns zu Jesu eigenem Bild. Die Schrift macht deutlich, dass die Unsterblichkeit als ein vergöttlichter Mensch die Bestimmung des Gläubigen ist und dass unser gegenwärtiges Leben in Christus ein Prozess ist, in dem wir zu dem werden, was wir sind. Krasse Aussagen. Heiser hat hier noch eine Fußnote, auch die noch. Da sagt er über sich, meine eigenen Ansichten zur Theosis stimmen mit denen von Rakestraw überein. Wir werden nicht zu Gott oder zu Jesus, als ob wir uns der Trinität anschließen würden. Wir werden nicht zu Gottheiten, die ontologisch mit Yahweh gleichgestellt sind, wie es die Mormonen glauben. Vielmehr werden wir ihm gleich, indem wir einen verherrlichten Körper aus, wie Paulus es ausdrückt, einem geistlichen Leib erhalten. Okay. Also man wird nicht zu Gott, sagt er hier, oder zu Jesus, aber man bekommt einen verherrlichten Körper, einen geistlichen Leib. Tja, ist das hier in der Bibel so zu finden. Es gibt eine Menge dazu zu lesen, und zwar Beispiel wäre das hier. Das kann ich dir nur empfehlen und werde es auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist das Paper oder die Veröffentlichung von Robert Raigstraw. Becoming like God, also wie Gott werden, eine evangelikale Lehre der Theosis. Also da überprüft er mal, was denn über die Jahrhunderte hinweg gelehrt wurde und wie das mit der Bibel zusammenpasst. Ja, also das kann ich dir nur empfehlen. Eine andere Sache gibt es noch, habe ich das hier auch, genau, das werde ich auch noch mal verlinken. Da kann man sich ein Buch komplett runterladen, was sich mit der Thematik auch beschäftigt. Beide Links kommen auf jeden Fall unten drunter. Ja, und jetzt habe ich gesagt, dass wir uns noch ein paar biblische Quellen oder Belege dazu anschauen, dass das, was hier so als Theosis, als wird, dass das in der Bibel vorkommt. Und da wieder eben, was wir am Anfang hatten, christliche Mystik, also an Gott teilzuhaben, so gesehen, diese Gotteserfahrung, um die es da geht, ein Erkennen der Gottes Wirklichkeit oder was hier jetzt am Schluss noch gesagt wird, dass unser gegenwärtiges Leben ein Prozess ist, ein Leben in Christus ist ein Prozess, in dem wir zu dem werden, was wir sind. Auch interessant. Also wieder zu etwas zurückkommen, was für den Menschen eigentlich gedacht war. Welche Belegen gibt es dafür, dass sowas mit dem Menschen passieren soll? Also wo ist das in der christlichen Lehre zu finden? Dazu mal fünf Bibeltexte noch abschließend Römer Kapitel 8 Vers 29 und die lese ich jetzt aus dem Zusammenhang gerissen vor. Also da eigentlich immer Tipp an dich, schau dir Bibelferse im Zusammenhang an. Ich sage es extra hier, gerade Hebräer haben wir ein ganzes Kapitel gelesen, okay, Psalm haben wir auch einen Überblick gehabt, aber jetzt hier der Zeithalber möchte ich hier einfach nur die Verse zitieren, deswegen, wenn du kritisch bist, schau dir das Kapitel im Zusammenhang an. Römer 8 Vers 29 Da steht, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, also es geht hier um Menschen, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltend zu werden. Die Menschen sollen dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern gleichgestellt, gleichgestaltet. Zweite Gründer 3 Vers 17 und 18 Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also hier geht es um eine Verwandlung, einen Prozess, der im Gange ist, haben wir gehört. Was schreibt der Johannes? Erster Johannesbrief 3 Vers 2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Jetzt aber und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich gestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also auch wieder krasse Texte, die jetzt im Grunde genommen das auch sagen. Johannes übrigens interessant, hier er sagt, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, wir werden ihm gleich gestaltet sein, also Jesu Natur gleich gestaltet sein. Das sind wir jetzt nicht. Also da passiert noch was, was er hier anfügt. Und da sind wir eigentlich wieder bei der Ausgangsthematik mit der Frage, sind Christen Mystiker? Also der Johannes hier, der hat sich scheinbar , wenn wir hier nochmal am Anfang gucken, wie war es? Der Ausdruck Mystik bezeichnet Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Und Johannes sagt jetzt hier, es ist noch nicht klar, was wir sein werden, aber wir wissen, dass wir ihm gleich gestaltet sein werden, Jesus. Also da ist ein Bemühen um diese Erfahrung, was wir auch hier gerade im zweiten Korinther hatten, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, dieser Prozess. Ersten Korinther Kapitel 15 Vers 44, ab Vers 44 könnte man sagen, da schreibt Paulus, es wird gesät, ein natürlicher Leib und es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Vers 49 springen wir mal und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also da ist eine Veränderung von der Existenz irgendwie, von wie auch immer. Also Johannes sagt ja, was wir sein werden, wissen wir noch nicht. Also das ist unklar. Das ist noch sozusagen geheim. verborgen. Noch etwas mystisch, kann man sagen. Letzter Text, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Da steht, Gnade und Frieden werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alle geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben, durch diese Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht und so weiter. Also hier auch, diese Verheißungen sind dazu da, um dieser göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Das sind Aussagen in der Bibel, also die sind schon wirklich knallhart und sehr deutlich, wenn man sich das mal so anguckt, jetzt bei diesen, was waren es, 1, 2, 3, 4, 5 Texten, 5 Passagen, die wir uns hier angesehen haben, die das zeigen, dass dieses Bild der Theosis, dieses Teilhaben an der göttlichen Natur, dass da noch was krasses eigentlich geplant ist und wie gesagt, der Bogen zum Anfang, das ist das, was eigentlich auch in vielen anderen Denkrichtungen vorhanden ist, dass viele eben sagen, Moment mal, auf den Menschen wartet etwas sehr Besonderes. Also der Mensch kann zu einer Existenz noch kommen, wieder mit dem Ursprung, mit Gott verbunden zu sein. Und die ganze Story der Bibel geht darum, wie das funktioniert und eben auch darum, wie man gerade dadurch, dass man sich das Handeln Jesu ansieht und ihn als Vorbild dann hat, ein hervorragendes Vorbild in der Ausübung von Liebe, also dass man darin einfach das Handeln Gottes sehen kann und diese Liebe dann auch im eigenen Leben als Prozess eine Veränderung stattfinden lassen kann. Wozu das hinführt, ein Zitat vom Johannes hier, das wissen wir nicht genau, also was dann nachher das Ende ist, aber das ist auf jeden Fall dieser Punkt, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde, dass wir hier Schnittmengen haben, zwischen eben dieser christlichen Mystik, also das ist keine Schnittmengen, sondern das ist im Grunde genommen ja dieser Bereich, der sich damit beschäftigt, wie kommt man wieder zurück zu dem, was für Menschen eigentlich gedacht war, also was für eine Existenz wartet da auf Menschen, die diesen Weg gehen und das ist diese Schnittmenge halt zu spirituellen Menschen, die haben das ganz oft eben, dass man sich damit beschäftigt, sogar jetzt Schnittmengen zum Buddhismus und so, also da auch, da merkt man halt Moment mal, ist es vielleicht gut sich auch auszutauschen in bestimmten Punkten und da offen zu sein und zu sehen, ja, warum ist das wichtig, sich mit diesen Punkten weiter zu beschäftigen. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht da drin. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die wir uns heute ansehen wollten. Wir haben angefangen mit der Frage, sind Christen Mystiker? Und aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, also wenn man sich diese Lehre von damals anguckt, von Paulus und Johannes jetzt zum Beispiel hier, dann muss man sagen, die ja, also die auf jeden Fall und wenn man heutzutage auf dem Schirm hat, dass das noch ein wichtiger Prozess ist, der dem Menschen bevorsteht, um wieder mit Gott verbunden zu sein, ja, dann ist das auch, das, was eigentlich mit dieser Mystik gemeint ist, scheinbar und dass wir hier sehr, sehr wertvolle Lehren haben in der Bibel, die genau in diese Richtung deuten, in diese Richtung der Theosis, Gott ähnlich zu werden, wieder mit Gott verbunden zu sein. Das mal so als verrückte Dinge, die wir uns heute anschauen wollten. Ja, und damit wie immer ein Riesen-Danke, dass du hier mit dabei warst. Mich würde es interessieren, was du dazu denkst, was, ob du Dinge anders siehst, ähnlich siehst, ob du Fragen hast, schreib sie gern unten drunter. Ich lese so gut wie alle Kommentare, ich habe nicht unbedingt die Zeit, immer auf alles einzugehen, das ist echt schwierig geworden mittlerweile, einfach weil durch die Anzahl der Videos, die online sind, halt auch immer wieder neue Kommentare überall sind. Aber erstmal, das ist super, also vielen Dank dafür, das finde ich total klasse, auch wie Kommentargeber sich gegenseitig auch Antworten geben, also da auch super, vielen lieben Dank, dass ihr euch da auch untereinander austauscht, aber wie gesagt, ich lese alles und versuche auch eben zu antworten. Deswegen, hinterlass gerne einen Kommentar, hinterlass gerne einen Daumen hoch und ein Abo und eine Glocke anklicken, wenn du es alles noch nicht gemacht hast und wenn du den Kanal hier unterstützen möchtest, sogar finanziell, dann steht unten drunter auch wie das geht. Da freue ich mich auch und sage ein Riesen Dankeschön auch an diejenigen, die das schon machen, also die da wirklich auch mir helfen, ein bisschen Zeit frei zu nehmen zu können für diese Forschung hier. Und damit jetzt ein riesengroßes Dankeschön nochmal raus in die Welt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ein paar schöne Tage, freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage bis dahin. Ciao. 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 Gao. JEFF